es ist endlich wieder IWU within Zeit und lasst uns mal gucken wo wir jetzt gerade stehen für den Eingang zum Markt im nördlichen Unterschlupf um zum Rathaus zu gelangen oh ja stimmt wir haben das Passwort jetzt für den PC im Unterschlupf waren wir schon und ja da sollen wir jetzt noch mal hin im Inventar werden uns noch ein paar Dinge angezeigt ja da haben wir einiges aufgenommen aber das ist erst mal irrelevant wir gucken uns erst mal lieber was können wir denn an Munition noch herstellen brauchen wir vielleicht auch noch Spritzen und Co und können vielleicht die Waffen verbessern ok da könnte man aber sechs Pistolen Munition ausstocken Schrot haben auch wenig ich konnte noch zwei Schrotpatronen aber dann ich habe ja gesagt ich habe die Pistole habe ich ja jetzt ein bisschen gepimpt deswegen ich werde jetzt gucken dass die Pistole als Standard verwende Schrotflinte dann einfach für den Fall der Fälle wenn ich dann merke so jetzt jetzt gibt es Ärger jetzt haben wir Trouble so quasi Panik Paniklöser Panik Move das ist ja geil mein Sprachzentrum ist schon kaputt so was machen wir check 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 erstmal alles durchchecken noch nichts durchlassen muss ein geiler Effekt kommt jetzt hier im Flur richtig cool rüber so wenn man den Elektrobolzen drin hat so nochmal durchladen ja wir sind voll vorbereitet und suchen mal nach unserer Tochter das arme Mädchen ist hier unterwegs alleine beziehungsweise der Fotograf hat sich schon aus meiner letzten Vision gesehen und ja das Rathaus ist da oben man irgendeiner der dieser Platten und deswegen müssen wir uns quasi porten durch den Computer und ja wir haben im letzten Video auch gesehen das sind einige Gegner sind wieder respawnt nachdem wir jetzt einen Abschnitt geschafft hatten das war jetzt wieder vorsichtig sein dann respawn nicht nach einer gewissen Zeit ist nicht auch ziemlich cool aber er sucht mich oder es ist nicht gesehen ich hab sie auch nicht gesehen die lag da am Boden gib mir deinen Schleim danke gib mir deinen Schleim ich geb dir meinen ja 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 das war ein äh gott musikalisch grausame Zeiten zumindest äh was die Deutsch Charts angeht aber es stellen weil es natürlich immer witzig ist das ist nicht Ouvres la garage en d'or da waren wir auch schon drin genau mit der gay nix kann man wieder raus Stemme es auf Solid Nate Solid Nate weil er wirkt finde ich ein bisschen wie eine Mischung aus Solid Snake Oh irgendwas habe ich gesehen und Drake aus Uncharted Nimm erstmal die Beine in die Hand noch einfach einmal im Kreis Oh das ist Kraut Ja So da kommt nichts Ja also die Reichweite von denen ist zum Glück nicht so hoch also die verfolgen uns jetzt nicht äh alle deinen Leitern bis ans Ende der Welt Aber ich weiß nicht mal Wo diese Zombie stand Und ja ich sollte irgendwann mal wieder vielleicht mach ich das wenn ich dem anderen Unterschlupf bin dann durch den Spiegel gehen Und äh zur Krankenschwester Ich muss deswegen lachen weil Wo ist ich denn Ich seh die gar nicht Wo ist der Gegner Der sieht mich immer noch Jetzt nicht mehr Okay sehr schräg Irgendwas sieht mich was ich nicht sehe Ja sobald ich hier wieder draußen Ich lauf jetzt an Oh so eins ist das Scheiße Oho Wo da rüber Oho Wo hab ich mich jetzt erschreckt Okay Was wird mal Die Zeit wie ich ruflinde Wobei brauche ich nicht Doch doch der kann rüber ich weiß es Hat er gerade die Tür geöffnet ein schuss nix an schuss ich bin gern kopf schießen steht das ding immer noch nahkampf spezialist ist es nicht hier schuss noch sammer höchste sonnig er kommt noch mal vor das hat gehört lasse ich viele patronen es tut natürlich wenig zu viel munition verbrauchen muss nämlich an so mutierte version der lique weil sie schon auch pervers ok spritzzeit oder medikit war eigentlich medikit also ist das halt nicht mal komplett ich glaube hier war auch noch nicht drin brauchen lud ja und sind nah am unterschlupf waffenteile da waren auch gerade waffenteile zeigt mir waffenteile an zeigt mir an wie viele waffelteile waffel genau waffelteile bauen sie mit waffelteilen waffeln ah wunderbar da sind wir genau richtig können aber aktuell nur einen tragen da müssen wir bei der krankenschwester nachhaken und genau bevor ich jetzt erschreckt worden bin vor diesem liquorartigen etwas wollte ich ja sagen warum muss ich lachen bei krankenschwester weil bei einem spiel was ich auf steam gespielt hatte was auch so ein geheimtipp ist es killer must die heißt es das ist ziemlich cool da ist es auch so dass ihr eine krankenschwester trifft ja warum mächtig holz vor der hüte also es ist auch jetzt nichts es ist kein spiel für feministinnen ist aber nicht der grund warum ich das spiel feier sondern das spiel feier ich weil es so dermaßen witzig gemacht ist auch und trotzdem geiles konzept hat also cooles gameplay macht sehr viel spaß auch zu spielen und ja der getroffen war nicht irgendwie ich glaube ich habe noch nie mit der sniper getroffen ja er trifft schon das juckt ihn los aber man sieht es nicht und ja merkt euch macht keine lastwagen auf die verdächtig wackeln den fehler habe ich schon gemacht ich habe ganze horde an zombies raus brauchen wir nicht mehr ich sollte kid man sagen was hier läuft funkt mal durch so kann man das ausdrücken und dieser psycho den ich erwähnte der mit den kräften die er nicht besitzen sollte er hat lily ich bin auf dem weg zum mark von dem du mir nicht erzählt hast um zu ihm vorzustoßen tut mir leid dass wir vorher keine zeit für ein briefing hatten aber wir dachten nicht dass es so schlimm wäre hier ist es genauso schlimm wie in beacon nein schlimmer in beacon steckte meine tochter nicht fest ok beruhig dich vielleicht kann ich helfen hast du irgendwelche infos über diese person männlich etwa 1 meter 77 schwarze haare hält sich für so eine art künstler das ist nicht wirklich viel das weiß ich auch ich bin unterwegs zum rathaus melde mich später ich finde das geil ist er hat er hat jedes recht angepisst zu sein und kittmann ist nun mal nicht nicole und deswegen von grund auf auch unsympathisch ja das dachte ja was war diese tür schon immer da was ist dahin eigentlich mal ich habe meine fertigkeiten skin was zum teufel ist das eine chance ihre fertigkeiten versuchen sie ihr glück detektiv das ist ja verrückt ja das ist verrückt verrückt wäre es darauf zu verzichten zielen sie sorgfältig und zeigen sie was sie können jetzt die stimme von dana scurry und spielt keine rolle wunderbar kleine herausgangs modus geil das liebe ich auch gut was ist das warte auf die schmerzen schluss schießt man natürlich nicht schluss warte auf die schmerzen schluss ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden rang cowboy ergebnis leicht highscore 16 ja geil für sowas bin ich sehr anfällig deswegen grad nochmal kettenangriff-motor starte mit 30 sekunden versuche einen highscore zu erzielen zielarten schieß um punkte zu halten zerstöre benachbarte ziele derselben farbe erscheint wenn du eine hohe combo schaffst sanduhr schieß auf sie um zeit zu gewinnen triffst du diese ziele verlierst du punkte schalte sie sicher aus indem du benachbarte ziele zerstörst ok schieß auf ziele und versuche das ist normal das machen wir jetzt mal noch hier auch muss sein aber wir kriegen belohnungen gel kräuter waffenteile leichenschrank schlüssel grünes gel und waffenteile da sind wir dabei das will mir schon so spaß machen aber also was muss ich treffen grün blau also ah ok ja verstehe ich zeige irgendwie ah ne ich muss die roten treffen aus ich dachte hä checke ich nicht das ist dann du das ist dann du ich checke es trotzdem nicht ich kann ja auf alles schießen außer auf die kreuzel so wie es aussieht was mir hier reinläuft aber ja sandhäu 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 genau irgendwas haben wir schon mal käuter glaube ich Können wir gebrauchen. Kaboom. Gott, wie schlecht. Ich bin Antoine! Ich mag den Charakter. Er ist nicht zu zynisch, aber er ist auch adäquat angepisst. Sehr geil. Wir sind nämlich am Zivildienst. Den habe ich auch im Krankenhaus gemacht. Mit vielen, vielen Krankenschwester. Es war hart, aber auch herzlich. Von allem allem. Oder von allem alles. Ich wollte so eine schwierige Sprache. Ist ja nicht so, als ob wir uns gerade nicht gesehen hätten. Ja. Let us check our Fertigkeit. 18.750. Klingt erstmal viel. In die Leichtathletik. Reflexe 1. Verbesserungspfad freischalten könnten. Wir hätten dann Reflexe 2. Also ausweichen wird schon sehr wichtig. Ich habe aber noch gemerkt, ich werde ziemlich leicht entdeckt. Du wirst schnell eingeduckter Haltung. Du wirst schnell eingeduckter Haltung. Du kannst schleichen, den Griff aus der Deckung. Ja. Brauche ich es nicht unbedingt zu sehr. Du wirst schnell eingeduckter Haltung. Oder unauffällig. Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche. Und es geht dann Richtung sehr viel. Okay. Ja, die Schritte ist halt auch wichtig. Das ist jetzt schwierig. Ja, das Wackeln ist nicht so wild. Nahkampf wollen wir nicht. Geringer Rückstoß. Ja, das macht mich weniger an. Das ist etwas, das kann man auch irgendwie kompensieren. Ja, das wäre halt auch gut. Kostet auch nicht so viel. Dann brauche ich ja nicht so viel spritzen. Regenerierst Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Ja, das können wir natürlich auch. Ich würde sogar den Hintern retten. Aber ich versuche meistens abzuhauen. Deswegen lohnt es sich für mich nicht. Ich werde weniger anhalten und versuchen irgendwie mich zu heilen. Und dann weiter zu kämpfen. Ich renne meistens erstmal weg. So. Was dann? Flaschenbrecher. Flaschen mit dem Bellautopat. Oh ja, das ist gut. Das habe ich mir schon ein paar Mal gewünscht. Also ich hatte schon ein paar Mal. Den Wunsch danach, dass ich auch immer diese Flasche nimmt und was macht. Das Unauffei ist halt schon nicht schlecht. Wirklich schnell eingeduckte Haltung. Ja bitte, weil das ist mir echt zu langsam. Noch schneller eingeduckte Haltung. Und dann spare ich mir eigentlich die leisen Schritte. So. Jetzt haben wir nichts mehr übrig. Passt aber. Wir sind zufrieden. Ich danke der Schwester. Und dann biegen wir uns zurück. Nö, wir craften ja noch. Wir haben einen Crowd bekommen. Vielleicht kann man damit noch was machen. Aber das passt jetzt auch erstmal. Wir sind so recht gut ausgestattet. Könnte man zwar mehr Schrottlinden-Muni haben. Aber schon schlechtere Tage gesehen. Und ja, das ist das Ende dieses Let's Play. Ich rate auch. Checkt euch mal die Dings aus. Die Tekken Specials. Vor allem jetzt aktuell auch. Oder wenn es schon da draußen ist. Ich kann es noch gar nicht. Ich kann es schwer sagen. Weil ich so unterschiedlich rein plane. Aber sobald sie rein kommen. Es gibt im dritten Ranking Session. Da sieht es so aus, dass sich da komplett ausrastert. Und das ist ziemlich witzig. Aber es geht später noch in anderen Sessions anders weiter. Ich danke euch fürs Reinschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. See ya.